Hallo, in diesem Screencast zeige ich Ihnen, wie Sie den Google Analytics Tracking Code so verändern können, dass die IP-Adressen Ihrer Website-Nutzer nicht mehr komplett erfasst werden, sondern anonymisiert übergeben werden an Google. Denn nur so können Sie Google Analytics nach deutschem Datenschutzrecht regelkonform einsetzen. Es ist nun leider so, dass der Datenschutzbeauftragte fordert, dass Sie alle alten Daten löschen. Sie müssen also zunächst mit einer E-Mail ein neues Google Analytics Konto aufsetzen. Dann rufen Sie Google Analytics auf und wählen aus Ihren Profilen, die Sie dort angelegt haben, jetzt das Konto aus oder legen eine neue Website an, für die Sie eben den Tracking Code generieren möchten. So, dann gehen Sie, nachdem Sie die Website angelegt haben, hier oben auf den Reiter Verwaltung. Und dort finden Sie auch schon, hier in dem zweiten Untermenü, Tracking Code, genau, diesen Code, den Sie einsetzen müssen, damit all die Dinge, die die Nutzer auf Ihrer Seite tun, erfasst werden können. Jetzt ist es leider so, dass Google nicht standardmäßig hier mit einem Klick irgendwas hinzufügen lässt, um die IPs zu anonymisieren. Also müssen wir händig eingreifen. Dazu wechseln wir in den Reiter Benutzer definiert. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier selber was reinzuschreiben. Wo aber kriege ich die Anonymize IP her? Die muss ich mir jetzt wieder woanders suchen. Dazu nutze ich Google selber. Und Google einfach mal nach dem Begriff Anonymize IP. Und am besten noch nach dem Google Developer Account. Und hier haben wir dann auch gleich als ersten Treffer die richtige Stelle, wo wir hin müssen. So, und wenn Sie hier sehen, hier oben ist das auch schon verlinkt. Der vierte Link, Anonymize IP, führt uns direkt dorthin. Wir brauchen lediglich diesen Befehl hier rauskopieren. Und wir sehen auch hier schon, was dieser Code macht. Nämlich die letzten acht Ziffern oder Buchstaben der IP werden hier ge-x-t. Und dadurch ist die Anonymisierung gegeben. Also wir haben diesen Befehl jetzt hier kopiert an der Stelle mit STRG-C bzw. COMMAND-C. Je nachdem, welchen Rechner Sie benutzen. Gehen zurück zu unserem Google Analytics Account. Und kopieren das hier rein mit STRG-V oder COMMAND-V. Wenn Sie Apple nutzen. Das war's. Jetzt haben Sie den Code, den Google Tracking Code, der die IPs anonymisiert. Bitte denken Sie daran, dass Sie die alten Accounts in Ihrem alten Google Analytics Account komplett löschen. Und nur noch mit dem neuen anonymisierten IP arbeiten. Nur so können Sie sicher sein, dass Sie keine Abmahnung von unserem Datenschutzbeauftragten erhalten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.